Liebe Leserinnen, liebe Leser, es gibt einen neuen Roman von Andrea Schnied, er heißt Lackschaden. Andrea Schnied merkt, wie die Wechseljahre so langsam auf sie zugriechen. Dafür sind die Kinder in der Pubertät, also Hormone ohne Ende. Der Gatte verbringt seine Zeit auf dem Golfplatz und der Schwiegervater wohnt jetzt bei ihr zu Hause. Es ist eine Menge los und was genau, können Sie nachlesen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017